Hallo und herzlich Willkommen zu Homeshopping Frankfurt 24, jetzt habe ich mir noch wieder den kontinuierlichen Namen geändert, HFS24. Meine Güte, wir haben uns heute was ganz Besonderes ausgedacht, ja, denn es wird immer so viel Scheiße verkauft, heute wird mir was Tolles verkauft und ein guter Freund von mir, der Marc, der sagt mir, was heute verkauft wird. Und zwar haben wir für euch den großartigen Hallo Frankfurt noch so einer Timelapse FFM Kalender 2017 Edition. Oh mein Gott, das klingt interessant, was ist das genau? Das ist die großartige Edition der Bilder von noch so einer. Oh, meine Güte, ich habe hier ein einmaliges Exemplar, das hole ich jetzt mal raus, ich gucke mir das genauer an, ja, und dann gehen wir das mal durch, meine Güte, was für ein Prachtexemplar, was für ein Kalender, Mann, 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 ganz schön schwer, ganz schön lang, da ist für jeden was dabei. Ich beginne mal hier, als gehen wir mal durch, jetzt nur so ein kleines bisschen zum Anteesen hier, hochwertiges Material, wunderbar, 250 Gramm Papier, 250 Gramm Papier, was richtig ordentliches, meine Güte, da ist es aber auch dann an der Wand dran, sehr, sehr schön, meine Güte, was für Bilder, wir gehen jetzt nur mal kurz in den Januar, gucken wir mal ganz kurz rein, Mann, 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 was das für ein Kalender, der Januar schon, der Januar schon, da freue ich mich auf 2017, nachdem wir ein so beschissenes Jahr 2016 hatten, kann das Jahr mit diesem Kalender 2017 nur wunderbar werden, ja, deswegen habe ich mir diese wunderbare Fliege heute angezogen, ja, meine Güte, weiter geht's mit dem Februar, wir gucken nochmal, wir gucken nochmal, wir gucken nochmal den Februar rein, ja, meine Güte, aber, Marc, du musst mir jetzt schon sagen, für wie viel Euro kann ich das denn erstehen? Na, normalerweise sind wir da bei 50 Euro, bei 50 Euro normalerweise, 50 Euro, aber jetzt, da geht doch heute nochmal was, heute geht dann nochmal was, für euch, extra, ja, was machen wir denn da jetzt, komm, hier, für die vielen Zuschauer, extra, was haben wir da noch ein Angebot, HFS24 sind wir so am ersten Mal live, meine Güte, bei Facebook, da muss man nur ein Angebot rausholen, Nein, nein, das geht nicht, 10 Euro, nein, das geht nicht, ne, das geht nicht, ne, das geht nicht, Quatsch, aber vielleicht war so ein bisschen, du hast 50 gesagt, ein bisschen, sagen wir mal, 5,40, 5,40, was machst du? Ja, ja, 45, 40, 40, 40, 40, ja, ich habe schon gesagt, das gab es Mitte, ja, die Leute tun aber gern mehr, Ja, ja, genau, okay, also, gut, okay, dann machen wir 40 Euro, 50 Euro ist ein guter Preis, guck mal hier, der Februar, meine Güte, was ein Motiv, wir gucken noch, wir gucken noch mal ganz kurz in den März rein, oh, aber nur mal so ein bisschen Sneakpick, jetzt habe ich schon rausgehalten, wenn ihr reingucken wollt, wie der März aussieht, dann bezahlt jetzt sofort 40 Euro, aber bei 40 Euro legen wir noch was drauf, oder komm, hier, 40 Euro, 40 Euro, für die 28 Besteller, eine Hallo Frankfurt XXL Postkarte, Ja, siehst du mal, ihr wolltet immer schon eure Mutti schreiben, der macht das mit dieser Karte, würde ich sagen, oder was ist das für ein Motiv, meine Güte, ja, wow, Frankfurt von Goethe, Ich halte noch mal ganz kurz in den März rein, oha, oha, aber keine Angst, aber den kann ich auch, aber das hier bekommt er nicht, der Pulti, der ist noch viel mehr, ja, die Riesigung drauf, also hier der März, ihr seht, das ist 40 Euro und dann so eine Karte, aber, ich meine, du musst mir aber schon erzählen, in welchen Ausführungen du denn in den Kalender hast, du hast, ich habe gehört, das ist ja jetzt, die Mathe-Version, das ist jetzt die Mathe-Version, so, aber es gibt Leute, die wollen jetzt richtig Scheine haben, richtig heiße, glänzende Version, großartig, das freut sich die Mama, ja, glänzende ist Schöner für die Mutti? Ja, ja, okay, alles klar, freut sich die Frau Mama, und wie teuer ist die glänzende Version, hat die einen anderen Preis, oder ist die genauso viel mehr? Also, wert sind die alle übrigens gleich viel, das ist unbezahlbar, ja, aber für euch haben wir das hier extra mal gemacht, so, wir drücken uns das nochmal von vorne an, ja, genau, guckt es euch an, und normalerweise sind wir hier wirklich bei 40 Euro, ich habe eigentlich schon ein bisschen gehört, dass da nochmal ein bisschen günstiger rein kann, ja, ich glaube, für alle HFS24 Zuschauer machen wir heute mal so einen Preis von 30 Euro, von 30 Euro, meine Güte, jetzt habe ich mich hier extra eingeladen, da sinken die Preise, online werden es viel teurer, wo kann man das überhaupt online kaufen, das müssen wir ja nochmal genauer erzählen, timelapseffm.de na, das ist doch eine einbruchsame Adresse, da finden wir auch gar nichts mehr ein, hier, da sind wir noch schöne Postkarten, aber, Marc, du musst mir schon sagen, Kalender schön und gut, aber es gibt doch noch andere Dinge, die wir bei dir kaufen, wir haben da noch richtig feine Sachen, wer es noch viel scheiniger mag, ja, oh, meine Güte, Motive auf Acryl, was ist denn hier los, ein herausragend tolles Motiv, Bling, Bling für die Mama, hier, guck mal, das hast du gerade gesehen, da schaltst du da hin und dein Puddy hier so ein bisschen durch, meine Güte, das ist ja absolut herausragend, wie teuer ist das denn, also es steht mir gut, wie teuer wäre das denn, wenn ich jetzt sage, da guckt am besten mal im Shop, da guckt am besten mal im Shop, also Frankfurt.de, haben wir vielleicht, haben wir vielleicht heute nochmal so ein, können wir auch nochmal vorbeischauen, können wir da auch nochmal was machen, also dann ist ja heute jetzt so speziell, dieses Wochenende, für alle, gibt es einen richtig coolen Botschaft, aber ich habe auch gehört, das ist limitiert, es sind nicht mehr ganz so viele Kalender da, die Kalender sind extrem schnell vergriffen, also da müsst ihr jetzt echt loslegen, aber wir haben auch jetzt schon Anfang erzählt, für jeden gibt es maximal drei Stück, weil sonst, sonst ist es over, sonst ist es Schluss, ganz schnell aussehen wir aus, aber jetzt will ich nochmal ganz kurz wissen, das ist ja eine herausragend tolle Anfertigung, ich zeige es euch nochmal, meine Güte, ist auch schön leicht, und dafür, dass es so groß ist, hält man gar nicht gedacht, dass es so leicht ist, also man kann es auf jeden Fall auch gut hinhängen, irgendwo ganz gut hinstellen, ob das jetzt im vierten Stock eines Supertowers ist, oder ob das zu Hause eine Garage ist, ja hier auf jeden Fall, wenn man das hinhängt, wird jetzt auf jeden Fall von jedem was dabei, aber, machst du auch Sonderanfertigungen, wie sieht denn das aus, also ich meine, du hast ja durchaus schon, das ist eine kleine, süße, schnuppelige Version, aber, letztens gab es auch mal eine Version in 1,80 Meter, 1,80 Meter, das müsst ihr euch vorstellen, das ist der Bar, das ist großartig, der Bar wird einmal hingewiebt, das ist schon was, also ihr müsst euch wirklich schön denken, einmal mehr vorm Kamil, ein schickes Bild, stell dir mal vor, so, draw me like one of the French girls, wenn ich mich hier lege, und nicht sogar 1,80 Meter groß, aber mit so einem Motiv ist es noch ein viel schöner, also ich denke, da lässt sich auf jeden Fall was, da gibt es einen Preis, der wird individuell bestimmt, aber du hast ja gemeint, es gibt einen schönen Gutschein, da kann man auf jeden Fall was machen, guckt auf jeden Fall beim Shop vorbei, dieses Wochenende, ja, Hallo Frankfurt als Gutscheincode, da seid ihr mit 10% weniger dabei, das wäre 10% an der richtigen Adresse, habt ihr es gehört, Hallo Frankfurt, der Gutscheincode, einmalig für timelapseffm.de, slash diesen Shop, einfach nur Shop, das kriegst sogar ich noch hin, geht hin, schaut euch das an, und kauft fleißig, denn es ist noch vor Weihnachten, nach Weihnachten ist es viel zu spät, wenn eure Oma jetzt einen guten Kalender will, keinen Quatsch, irgendwie bei Amazon kaufen, sondern bei dem Premium Qualitätsshop, dann wisst ihr, was eure Adresse ist, ich freue mich sehr darauf, ich werde auch gleich noch ein bisschen ankaufen, wenn hier alle weg sind, dann nehme ich die Kalender nämlich mit, ja, da gucken sie alle nicht, wir schenken ihr gleich noch ein bisschen Gin aus, wenn alle voll sind, nehme ich das alles mit, aber diese Hand, die dann noch hier verfügbar sind in den Reserven, die werden dann schön verkauft, weißt du was, Marvin, für dich, weil wir jetzt hier sind, 20 Euro pro Kanal, 20 Euro pro Kanal, wir haben bei 50 Euro angefangen, wir waren bei 30, das ist ein großartiges Angewohn, meine Güte, leist aber auf, du ziehst jetzt hier noch die Socken aus, der arme Mann muss auch noch daran was verdienen, 20 Euro, letzter Bonus, jetzt müsst ihr überlegen, ihr müsst am besten nicht überlegen, sondern sofort zugreifen, 20 Euro, teilen wir die FFM.de, slash shop, das ist unfassbar, unwahr, unreal, aber für 20 Euro muss ich zugreifen, was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt zugegriffen habe, und dann bekomme ich irgendwie eine Lieferung, und wie wird der denn verpackt, ist es jetzt für mich eine Frust, eine frusthafte Verpackung, bekomme ich die in einem viel zu großen Katalog, wie funktioniert das? Der Karton, ja, wird von mir persönlich eingepackt. Echte Handarbeit, da könnt ihr ja froh sein, dass das schon der Basis ist, echte deutsche Handarbeit, sonst wäre das noch nicht mehr. Ja, man, Germany, Mindestloh bekomme ich nicht, weil ist nicht, ich hätte hier nicht zu wenig. Machst du das immer mit diesem Schildprohlung, weil der nicht immer noch so ein bisschen bitter? das bringt Freude, das bringt Freude, man setzt sich hin und bastelt schön die... So, und dann ist es eine schöne Verpackung, die ich dann bekomme, ja? Ja. Ja, ich guck mir die jetzt mal an. Guckst du mal an. Du hast extra, nämlich extra für uns, hat er jetzt mal parat gemacht, ja, guck mal hier, meine Güte, in einer solchen schönen Verpackung bekommt ihr dann diesen herausragend tollen Kalender, das ist doch was, das ist ja wie gleich Weihnachten, Nick und Maus Weihnachten zusammen, das will ich gar nicht mehr auspacken, ich würde es auch so stehen lassen. Aber wisst ihr was, wir machen das jetzt trotzdem, ne? Ja, aber machen wir so Verpackungen, das ist echt immer anstrengend, das ist immer anstrengend, das ist immer sauerreich. Ja, also wenn die Verpackung mir Frust bereitet, dann bin ich ein bisschen sauer, aber wir gucken mal, denn ich habe gehört, denn noch so einer, der macht nämlich frustfreie Verpackung, frustfreie Verpackung, meine Güte, das gucken wir uns jetzt mal an, wir schauen mal, guck mal hier, er zieht die Lasche, zieht, guck mal, BAM, MEINE Güte, jetzt habe ich ein bisschen was kaputt gemacht, Arbezüglich kann ich es noch verwenden, für wenn ich irgendwie Platten verkaufe oder so, so, und dann guck ich mal, eieieiei, guck mal hier, das geht ja wunderbar locker raus, so, eieieiei, guck mal hier, da haben wir ja den wunderbaren Kalender, den Hallo Frankfurt 2017 Kalender, jetzt für 20 Euro, schlagt sofort zu, oder lasst sein, nein, ihr schlagt auf jeden Fall zu, wo kann ich nochmal zuschlagen, timelapseffm.de so, ganz unproblematisch, und ich habe aber gesehen, da ist ja noch was drin, was ist denn da jetzt noch drin, da haben wir jetzt heute, schlagt zu, denn heute ist noch eine herausragende Postkarte dabei, eine von wie vielen Motiven, wie viele Motive haben wir dann im Endeffekt, was meinst du? 8.783 Motiven, wer bekommt ein Motiv von 8.387 Motiven, ist das nicht was, praktisch ein Einzelstück, greift jetzt zu, denn bald ist Weihnachten. Ja, alles gut. Marvin, ich muss noch nicht sagen, die Frau Mama will was Ordentliches dieses Jahr. So, das sollte der Schlusssatz für heute Abend sein, vielen Dank fürs Zuschauen, HSF 24, ihr wisst, wo ihr vorbeischauen müsst, sag's nochmal, denn die Leute müssen einkaufen. timelapseffm.de slash shop. Wuhu, wunderbar, macht's gut, vielen Dank, und bis bald. Tschö. Gut. Okay, low battery, oh nein. Oh